Wenn der das bei YouTube bleibt, ist es, ist es, DJ Fränky, Göttingen. Da hat der 6 Stunden angesetzt. Normalerweise, du sitzt da hinten, aber da sieht man das nicht so. Wenn man hier steht, da sieht man das viel mehr. Das ist richtig geil. Richtig geil. Richtig geil. Richtig geil. Richtig geil.